Leipzig-Coach Marco Rose traut seinem Ex-Club Borussia Mönchengladbach in der kommenden Saison einiges zu. Am Freitag war Rose kurzerhand von Leipzig nach Gladbach geflogen, um ihm willig zu helfen, für den an DMS, einer Vorform der Leukämie, erkrankten Niklas neue Stammzellenspender zu finden und registrieren zu lassen. Klar, dass bei seiner Rückkehr an den Niederrhein auch sein Ex-Club Gladbach ein Thema war. Zumal der erkrankte Niklas ein bekennender Borussia-Fan ist. Auf die Frage von Bild, ob er Niklas nach der enttäuschenden letzten Saison wieder Hoffnung für die Zukunft machen könne, antwortete Rose, auf jeden Fall. Borussia ist nach wie vor ein außergewöhnlicher und toller Traditionsverein mit einer Menge Power. Man hat immer mal Phasen, in denen es schwierig ist. Die Fans stehen hinter dem Verein, das ist das größte Faustpfand. E-Rose sieht die Verpflichtungen von Tim Kleindienst, Kevin Stöger und Philipp Sander als sehr positiv an. Ich habe ein gutes Gefühl, wenn ich sehe, was Borussia diese Saison schon verpflichtet hat. Das sind Jungs, die in der ersten oder zweiten Liga Führungsspieler waren, die fußballerische Qualität haben, die Mentalität haben. Und am Ende kommt es dann immer ein wenig auf die Mischung und die Chemie in der Mannschaft an. Wenn die stimmt, dann glaube ich schon, dass die Borussia das neue Ziel, die Einstelligkeit, wieder anpeilen kann. Fakt ist, unter Rose schaffte es Gladbach in der Saison 2019-20 mit Platz 4 das bisher letzte Mal, sich für die Champions League zu qualifizieren, wo dann erst im Achtelfinale gegen Manchester City Endstation war. Auch von den 65 Punkten, die Rose mit seinem Team 2019-20 einfuhr, können die Fohlenfans momentan nur träumen. Besser als diese Rose-Ausbeute schnitt Borussia in der Bundesliga seit der Einführung der Drei-Punkte-Regel im Jahr 1995 nur einmal ab, In der Saison 2014-15 holte Lucien Favre mit seinem Team sogar 66 Zähler. Die derzeitige Situation in Gladbach ist eine Mischung aus vorsichtiger Hoffnung und realistischen Erwartungen. Die Neuzugänge bringen frischen Wind und die nötige Erfahrung, um das Team zu stärken. Doch wie Rose betonte, kommt es letztlich auf die Chemie und die richtige Mischung in der Mannschaft an. Wenn diese Faktoren stimmen, könnte Gladbach eine erfolgreiche Saison bevorstehen. Was denkt ihr, liebe Fans? Wird Gladbach in der kommenden Saison wieder an alte Erfolge anknüpfen können? Teilt eure Meinungen und lasst uns in den Kommentaren wissen, wie ihr die Chancen der Borussia seht.